hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von hochwarze legacy so da waren wir im letzten park drinnen würde ich sagen da hatten wir auch alles es ist wieder ein paar tage her wo ich das gespielt haben das war ja hier mit magie irgendwie hier sahen auch schon mal besser aus das war jetzt gute rett na ja es wird nicht immer so sein nein ich muss wieder rein finden Nein. Wieso habe ich das denn? Ja. Schon mal. Kommt keiner. Ja. Nein. Ah, ja. Das habe ich gesucht. Danke. Reveglia. Aber hier waren wir fertig. Das ist nur irgendwie eine Kiste, um ein Buch zu machen. Gut. Wir waren auf dem Weg. Ich erinnere mich. Ich glaube, das ist Sebastian. Den Jungen wollen wir jetzt mal nicht länger warten lassen. Genau. Natürlich. Wenn wir sie schon töten, sammeln wir sie auch ein. Okay. Häschen. Würsche. Pilze. Ja. Dippendor. Dippendor. Ja, okay. Incentive. Nein. Ja. Ja, hier. Oh, ich bin tot. Ich habe mich darauf geachtet. Was waren denn das für Dinger? Ja, bitte. Danke. Ich muss mich auch mit allem anlegen. Na komm, nicht so lange laden. Äh, ja. Oh, ja. Okay. Also gut. Noch einmal. Na ja. Na ja. Genau. Ja. Okay. Ja. 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 Ähm, lass mal kurz überlegen. Äh, wie war das noch? So. So. Auf was hast du es geschmissen? Ah, ja! Descendo! Extendiamo! Entrendo! First! Perciamos! Entrendo! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ähm Wie viele denn noch hier? Okay, fest 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 Moment, ich muss, ich muss doch, ich würd gerne, ich weiß nicht, wo ist denn jetzt? Vielen Dank für's Zuschauen! So, haben wir die auch mal erledigt. Ja, so, jetzt geht's weiter. Hier hätten wir dann auch... Oh, danke. Spidale. Ach komm, die machen wir noch. Ich hab Lust zu Kabbeln. Sender! Portego! Sender! Spidale! Spidale! Da ist eben noch eine. Oh, sind mehr. Mehr, mehr, mehr. Aber ist das auch irgendwie eine Aufgabe gewesen? Okay. Ich habe Lust, zu kämpfen. Wir gehen mal dahin. Hallo. Warte mal kurz. Ich bin weg. Was ist das? WHAT?! Sendo! Prenn-Donen! Odette! Wie, die großen Schminder? begrabt den spinnkopf vielleicht sollte das sein ja irgendwo ist noch ein spinnchen die holen uns noch 70 spinnen oder so töten ein bisschen von entfernt so jetzt haben wir 48 das könnte gefährlich werden wenn ich nicht aufpasse ja es ist gefährlich es sind die herrscher nein es ist es wangadiom nerviosa ich weiß ich weiß Okay. Für eine olle Mütze bin ich hier rein. Das war's. Oje. Na ja, was sonst. Gut, ich weiß, wir haben einen Auftrag. Ähm, was haben wir für einen Auftrag? Ich mach ja schon. Und wenn wir mal unterwegs so eine Tatze sehen auf unserem Radar, gehen wir auch mal hin und gucken, was da für Tierchen sind. So, wir gucken. Ist das noch weit? Ich muss selber mal gucken. Karte. Ist das noch weit? Nein. Oh, guck mal, hier haben wir noch was. Okay, dann nehmen wir den Besen jetzt. Die Rufung hab ich, glaub ich, noch nicht. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ah, ich hab mal den Kraut. Und nun? Und nun? Komm, bring' nur. Wo haust du denn hin? Wo haust du denn hin? Na? Na? Na, das war's nicht. Reveglio. Okay, ich verstehe. Stunden später. Nein. Ah, Mann! Ah, da kommt sie. So, jetzt nächste. Ist da. Da oben sind die Steine. Da oben sind wir hier. Da hinten. Okay. Wo sind die Steine? Hä? Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Ja, wo sind sie denn? Reveglio. Ist hier unten? Ich seh sie nicht. Ah. Da. Da irgendwo. Da. Da sind Steine. Ja. Und was ist denn gut? Ja. 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 Sehr schön. Oh, Stufe 28. Oh, wir haben keine Trinker mehr. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Fliegen mal ein bisschen. So. Fliegen mal ein bisschen. Ähm, ich guck mal eben auf die Karte. Damit wir auch nichts verpassen. Das wäre also das nächste Ziel. Ähm, das wäre also das nächste Ziel. Was ist denn das hier für Punkte? Ballons oder was? Was soll denn das sein? Nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier ist auch nicht. Hier ist auch nicht. Ich habe kein Leben. Ich bin eigentlich ziemlich doof. Ich bin tot. Äh, ja. Ja. Ich bin tot. Äh, ja. Ja. Ich habe keine Tränke mehr. Die sind doch ein bisschen heavy. Was soll ich machen? Ich kann nicht hier runter. Ey, das ist doch jetzt ein Witz. Hoch können wir auch nicht klettern. Ich kann ja nur sterben. Ich kann ja nur sterben. Aber hoch kommen wir auch nicht mehr. Ja. Was? Gut sind wir auch nicht im Klettern. Naja. Ich kann kein Wesen nehmen. Schwachsinn. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja, was soll ich machen? Ähm. Versuch's nochmal. Aber eigentlich... Ich versuch mal, wenn ich springe. Ich versuch mal, wenn ich springe. Gibt's noch einen anderen Weg. Es gibt nur einen Weg in den Tod. Dann will ich doch sagen, springen wir. Ich habe Kohlkaffee jetzt geschmissen. Ach, sorry. Ja, ich habe leider nichts für mich. Ich... habe kein... Okay, wir sind eigentlich Stufe... 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 Stufe tiefer. Ah... Schön langsam. Ich habe gesagt, langsam. Na, wir kommen da nicht mehr weg. Scheiße. Ja, nachts um zwei Uhr nehme ich auf. So. Tatsache, der hat das hier gespeichert. Und ich hänge jetzt hier fest, oder was? Das ist aber doch jetzt ein Witz. Ich komme nicht weg hier. Der Besen funktioniert hier gar nicht. Im Namen Sprecherpunkt. Ja, sieht schon besser aus. Okay. Habe ich irgendwo Screenshot gedrückt? Ich wollte keinen Screenshot machen. Karte. Ah ja. Habe ich mir... Das sind auch Balloons. Spiele nicht hängen. Okay. Gut. Was haben wir hier? Ich habe kein Leben. Es bleibt seine Untertreiber. Ich weiß nicht, wie er es tut. Was ist er? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Es bleibt eine Unternehmung. Es ist ein Untertainium. Nicht getroffen. Ja, das Ding ist auch so eine Kunst. Ja, ja, da geh ich jetzt nicht hin. Wie gesagt, ich hab kein Leben. Aber... Den Punkt nehme ich bitte. So. Ah, das ist so gut, aber... Wo war der Kreis? Wo war der Kreis? Nee. Da war irgendwo ein Kreis, wo man landen konnte. Wir sind zum Sperren hier, was? Jetzt können... Alles ruhig. So, wo ist es? Hier. Auf was warten wir denn? Oh, hi. Du bist hier? Ja. Aber ich hab jetzt so viel Mist gebaut auf dem Weg hierher. Ähm... Wir reden im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer, wie ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Bis dahin. Und adios. Adios. Vielen Dank.